moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue herausforderung der woche 3 zeigen die jetzt an diesem donnerstag erscheinen wird und zwar müsst ihr bei der herausforderung leute vier schwimmringe bei lazy lake aufsammeln bei mir werden die ringe jetzt noch nicht angezeigt aber das macht nichts ich werde euch bei jeder location noch mal ein foto mit dem ring einblenden damit ihr auch genau sieht wo der sich genau befindet so leute location nummer eins befindet sich hier bei big shots ist hier ganz gut auf der karte location nummer zwei leute zeige ich euch jetzt bei dieser kleinen hütte hier links daneben leute über der absperrung befindet sich auch der nächste schwimmring zeige ich euch noch mal auf der karte weiter geht es zur location nummer drei läuft nur ein bisschen weiter geradeaus und der dritte schwimmring befindet sich hier leute zeige ich euch auch noch mal auf der karte auf geht's zur letzten location dafür müssen wir hier auf dem main gebäude dann baut ihr paar stufen über dem baum und dort haben wir auch die letzte location ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja schreibt mir in die kommentare lasst ein like da und falls ihr noch kein abo seid könnt ihr das an dieser stelle gerne ändern leute viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal